In diesem Video geht es um den Begriff des Rangs einer Matrix. Wir gucken jetzt beim Rang eine spezielle Zahl an einer Matrix. Und diese Zahl wird sich nicht sofort erschließen, wofür man die braucht. Das werden wir aber später sehen, wenn wir den Zusammenhang zwischen Matriz und linearen Abbildungen angucken und zur Anzahl der Lösungen von linearen Gleichungssystemen. Da wird dieser Begriff nochmal spannend werden. Wir können den Begriff schon mal einführen an der Stelle, weil wir bis jetzt die linear unabhängigen Vektoren betrachtet haben. Und in so einer Matrix, da kommen ja Vektoren vor. Sowohl als Spalten, die Spalten einer Matrix, so wie hier, sind Vektoren und genauso auch die Zeilen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie viele Zeilen bzw. Spalten einer Matrix sind linear unabhängig. Und das ist genau das, was der Rang tut. Da unterscheidet man zwei Dinge. Einmal den Zeilenrang. Da guckt man an, welche Zeilenvektoren es gibt in einer Matrix. Und guckt unter denen an, wie viele davon maximal linear unabhängig sind. Und das ist der sogenannte Zeilenrang. Man kann genauso gut die Spalten angucken und dort sich fragen, wie viele der Spalten sind maximal linear unabhängig. Und das ist dann der Spaltenrang. Jetzt gibt es einen sehr schönen Satz und der sagt uns, dass der Zeilenrang und der Spaltenrang einer Matrix immer übereinstimmen. Den Satz werden wir hier nicht beweisen. Wenn Sie es interessiert, finden Sie das in der Literaturliste. Da finden Sie Hinweise auf Bücher oder das Bewiesen, typischerweise in linearer Allgebabüchern. Also, wir definieren, der Rang einer Matrix ist gleich dem Zeilenrang und gleichzeitig dem Spaltenrang einer Matrix A. Und das ist die maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilenvektoren oder Spaltenvektoren. Und da gucken wir einfach mal ein paar Beispiele an. Wir betrachten hier diese Matrix auf der rechten Seite. Diese Matrix hat drei Spaltenvektoren. Einmal den hier, 1, 0, 0. Dann 0, 1, 0. Und schließlich 0, 0, 1. Und diese drei Vektoren sind alle linear unabhängig voneinander. Also das System dieser drei Vektoren ist linear unabhängig. Das heißt, die maximale Anzahl an Vektoren, die wir hier als Spaltenvorkommen haben, ist 3, die linear unabhängig sind. Nämlich genau die drei hier. Deswegen ist der Rang an der Stelle aufgrund des Spaltenrangs 3. Das Ganze könnte man natürlich auch zeilenweise angucken. Und wenn Sie scharf hinkommen, da entstehen aber auf diese Weise exakt die gleichen Vektoren, die wir schon angeguckt haben. Und die sind auch natürlich drei Stück. Alle drei Zeilen sind ebenfalls linear unabhängig. Muss auch so sein, aufgrund dieser Eigenschaft hier. Beim nächsten Beispiel, ganz ähnlich. Auch hier haben wir wieder drei Spalten. Das ist einmal der Vektor 1, 0, 0. Dann die Spalte 1, 1, 0. Und dann die Spalte 1, 1, 1. Und wenn Sie scharf hingucken, auch die drei sind linear unabhängig. Das heißt, der Rang der Matrix ist 3, weil Sie in dieser 3x3 Matrix drei linear unabhängige Spalten haben. Und das Ganze hätten Sie natürlich genauso gut auch von den Zeilen ableiten können. Gucken wir das nächste Beispiel an. Hier sieht es jetzt so aus, dass wir, ich gucke das auf zwei Arten an, gucken wir da einmal zuerst die Spalten an. Dann haben wir hier einmal die 1, 0, 0. Und danach haben wir aber zweimal die gleiche Spalte. Die 1, 1, 1 und hier die 1, 1, 1. Und wenn Sie das jetzt angucken, da ist es so, dass der Vektor 1, 0, 0 und 1, 1, 1 zusammen linear unabhängig sind. Die beiden zusammen, die 1, 1, 1 sind natürlich linear abhängig. Und insofern ist die maximale Anzahl an Spaltenvektoren, die Sie auswählen können, die linear unabhängig sind, die beiden. Wenn Sie die beiden auswählen, sind die linear unabhängig. Den können Sie nicht mehr dazu nehmen, weil dann wird es linear abhängig werden. Das heißt, hier ist die Anzahl 2 und deswegen ist der Rang der Matrix 2. Und das gleiche, nur mit anderen Vektoren, würde sich ergeben, wenn Sie das zeilenweise angucken würden. Da hätten Sie dann einmal den Vektor 1, 1, 1, den wir eben schon gesehen haben. Und dann die anderen beiden Vektoren wären 0, 1, 1 und 0, 1, 1. Und auch da gleiches Argument wie eben. Nur zwei von denen sind maximal linear unabhängig, nämlich die ersten beiden. Bei dem nächsten Beispiel hier ist es sogar noch einfacher zu sehen. Wir haben einmal den Vektor 1, 1, 1. Dann davon, offensichtlich linear unabhängig, 0, 1, 1. Und dann haben wir aber die Nullzeile. Und Nullzeilen, der Nullvektor, der ist immer linear abhängig. Das heißt, die maximale Anzahl linear unabhängiger Vektoren ist 2, zeilenweise gesehen, nämlich die beiden. Der letzte als Nullzeile ist immer linear abhängig. Das heißt, hier ist der Rang 2. Das nächste Beispiel ist ein Tick anspruchsvoller. Wenn wir da die erste Zeile angucken, haben wir 1, 1, 1. Da drunter haben wir die 0, 1, 1. Und wenn wir jetzt da scharf hingucken, ist die 1, 2, 2 ergibt sich als Summe der beiden oberen. Das heißt, wenn Sie die erste und die zweite Zeile aufaddieren, dann bekommen Sie die dritte. Gucken wir es einmal an. 1 plus 0 ist 1. 1 plus 1 ist 2. 1 plus 1 ist 2. Das heißt, die dritte Zeile ist die Linearkombination der ersten beiden. Demnach ist dieser 1, 2, 2 Vektor linear abhängig von den ersten beiden. Die ersten beiden sind offensichtlich linear unabhängig. Das heißt, der Rang an der Stelle ist 2. Beim nächsten Beispiel ist es sehr leicht zu sehen. Wir haben einen Vektor 1, 1, 1. Und da drunter haben wir entsprechend ein Vielfaches davon. Der 2, 2, 2 ist linear abhängig von 1, 1, 1, weil es nämlich das Zweifache davon. Und der 3, 3, 3 entsprechend auch. Das heißt, wir haben hier drei linear abhängige Vektoren. Also der ist von dem abhängig und der ist von dem abhängig. Das heißt, die maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilen ist eine. Weil natürlich der Vektor 1, 1, 1, 1, der ist als einzelner Vektor linear unabhängig. Wenn Sie einen der beiden dazu nehmen würden, wäre es linear abhängig. Das heißt, der Zeilenrang ist an der Stelle 1 und damit der Rank der Matrix. Sie können das Ganze auch spaltenweise betrachten. Wenn man das spaltenweise betrachtet, dann sehen Sie, dass wir dreimal sogar exakt den gleichen Vektor haben. Da müssen wir ihn nicht mal multiplizieren. Das ist immer der Vektor 1, 2, 3. Das heißt, von denen, wenn Sie da die maximale Teilmenge der linear unabhängigen Vektoren auswählen wollen, bleibt auch nur einer übrig. Das heißt, Sie können den wählen. Die anderen beiden sind ja die gleichen Vektoren. Das heißt, hier ist die Anzahl der linear unabhängigen Vektoren 1, die maximale. Also auch aus dem Grund Rang 1. Beim nächsten Beispiel wieder total stumpf. Hier haben wir an der Stelle zwei Nullzeilen. Zwei Nullzeilen heißt, die sind linear abhängig. Das heißt, Rang 1. Weil die erste Zahl ist keine Nullzeile 1, sondern 1. Und deswegen ist der Rang 1. Sie können das Ganze natürlich auch spaltenweise betrachten. Auch hier gleich eine Idee. Hier sehen Sie, es ist immer der gleiche Vektor. Und aus dem Grund wäre der Rang 1. Spannend wird das Ganze natürlich, wenn man der Matrix nicht mehr so ohne weiteres ansehen kann. Wie viele Zeilen beziehungsweise Spalten linear abhängig oder unabhängig sind. Und was uns dabei jetzt hilft, ist das Herstellen der Zeilenstufenform, wie wir das schon aus dem Gauss-Verfahren kennen. Diese Zeilenumformung, die wir dabei machen, ändert den Zeilenrang nicht. Das bedeutet, wir können diese Umformung einfach machen und hinterher auf der umgeformten Matrix den Rang ablesen. Und wenn wir diese Matrix nehmen und die in die Zeilenstufenform bringen, kommt diese Matrix raus. Bei dieser Matrix hier ist es total gut abzulesen, wie der Rang ist. Nämlich diese Matrix muss vollen Rang haben, weil sie in jeder Zeile, nachdem wir die Zeilenstufenform hergestellt haben, in jeder Zeile stehen Einträge. Es gibt keine Nullzeilen. Und aus dem Grund hat diese Matrix hier vollen Rang, sagt man in dem Falle. Das heißt, der Rang der Matrix 3 ist auch der maximale Rang, der vorkommen kann. Und das haben wir hier. In diesem leicht modifizierten Beispiel haben wir das gleiche Problem. Wir haben eine etwas kompliziertere Matrix, wollen den Rang bestimmen. Wir machen wieder die Umformung und stellen die Zeilenstufenform her. Das habe ich hier an der Stelle getan. Und hier sehen Sie jetzt, hier gibt es jetzt eine Nullzeile. Und aufgrund dieser Nullzeile kann ich direkt ablesen, dass der Rang 2 ist. Weil es gibt eine Nullzeile und zwei Nicht-Nullzeilen. Und diese zwei Nicht-Nullzeilen hier oben, das sind die, die linear unabhängig sind. Und die Nullzahl darunter als Nullvektor ist immer linear abhängig. Das heißt, der Rang hier ist 2. Und was wir da immer angucken ist, wie viele Zeilen haben wir, das sind jetzt zwei Stück, die oberhalb der Nullen stehen. Und so kann man den Rang bestimmen, wenn man die Zeilenstufenform hergestellt hat. Gucken wir noch eine kleine Regel an, die absolut naheliegend ist. Wenn wir eine M-Kreuz-N-Matrix haben, also mit M Zeilen und N Spalten, dann ist der Rang der Matrix auf jeden Fall kleiner gleich dem Minimum von M und N. Warum? Naja, es kann nie mehr linear unabhängige Zeilen bzw. Spalten geben, als es überhaupt Zeilen bzw. Spalten gibt. Folglich ist das die obere Schranke. Sieht man hier relativ deutlich. Der Rang dieser Matrix ist 2. Dieser Vektor, diese Spalte und dieser Vektor hier, die sind offensichtlich linear unabhängig zusammen. Und die, die hier kommen, die müssen natürlich linear abhängig von denen sein. Beziehungsweise, wenn ich hier entsprechend gucke, sind es auch 2. Also, das ist an der Stelle immer kleiner gleich dem Minimum aus Zeilen bzw. Spalten. Weil der Zeilenrang oder der Spaltenrang nie größer sein kann, als die Anzahl der Zeilen oder Spalten, die es halt gibt. Das können halt nicht mehr Vektoren linear unabhängig sein, als Baupfektoren vorkommen. Und zum Abschluss nochmal das, was wir schon gemacht haben, auf Folie zusammengestellt. Wie bestimme ich jetzt rezeptmäßig den Rang durch elementare Zeilenumformungen? Und da ist halt die Erkenntnis, dass sich der Rang einer Matrix nicht ändert durch diese elementaren Zeilenumformungen. Und deswegen kann ich einfach so eine Matrix nehmen, die auf die Zeilen Stufenform bringen und die Anzahl der nicht Nullzeilen zählen und erhalte dadurch den Rang.